Glück auf vom Schach 2 Zechehoge, wir sehen gerade hier Moskau ist unterwegs mit Benni Höwedes am Schach 2. Und ein kurzer Gruß in Russisch. Ein kurzer Gruß. Ja, russische Fernsehen dreht am Schach 2 Zeche Hugo mit Benni. Benni fritt zwar ein bisschen hier, aber deshalb wird er dann heute Abend auch mit Schalke ein Tor schießen.